Ihr wollt Dividenden, ihr sollt Dividenden haben. Hallo und herzlich willkommen meine lieben Aktien und insbesondere Dividendenfreunde. Hier ist der Film zum Buch. Hier ist das Buch, was als Romanvorlage gedient hat, die 2x10 besten Dividendenaktien. Unser letzter Artikel, den wir veröffentlicht haben und wir haben zwei 10er besten Listen gemacht. Hier eine 10er besten Liste, Aktien mit dynamischem Dividendenwachstum und dann haben wir noch eine zweite besten Liste gemacht, hier weiter unten. Und das ist eine Aktie mit einer hohen Dividende, nicht mit einer sehr hohen Dividende, das war das letzte Video. Das ist eine andere besten Liste sozusagen, könnt ihr euch auch gerne angucken, sondern hier mit einer Dividende von 3% und mehr. Und es gibt noch einige Kommentare von euch hier unten, die auch teilweise kritischer Natur gewesen sind. Da gehen wir auch drauf ein, das heißt, ihr habt das Drehbuch mitgeschrieben. Und ich glaube, ich habe einige interessante Aspekte gefunden, die euch dabei helfen können, ein besserer, in diesem Fall insbesondere Dividendeninvestor zu werden. Das heißt, es stehen hier nicht unbedingt die einzelnen Unternehmen, natürlich auch, aber nicht nur im Vordergrund, sondern auch ein bisschen allgemeine Wissensvermittlung, was ansonsten gerne zu kurz kommt. Mein Name ist Thorsten Tiet, ich betreibe dieses Biest hier, das Design der Aktienfinder.net. Hier geht es um langfristig steigende Kurse bzw. Kursgewinne und Dividenden. Ich gebe aber keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung ab. Habt ihr euch sicher schon gedacht. Und dann fangen wir mal an und zwar mit dem dynamischen Dividendenwachstum. Das wäre hier hohes Dividendenwachstum. Da haben wir ein Ranking gebastelt. Die drei Rankings, hier sind sie, die drei Rankings sind alle relativ ähnlich. In dem Zusammenhang, dass wir uns hier auf Unternehmen konzentrieren mit stabil steigenden operativen Cashflows, stabil steigenden bilanzierten Gewinnen und stabil steigenden Dividenden. Nur wie stark das Wachstum ausfallen soll und wie hoch die aktuelle Dividendenrendite ist, das unterscheidet sich ein bisschen. Und wir haben hier dynamisches Dividendenwachstum, Dividendenrendite von 1,5% für 100% Punkterreichung sozusagen bei diesem Kriterium. Und dann Dividendenzuwachs auf die letzten fünf Jahre im jährlichen Mittel von 10%. Und die Stabilität, die Zuverlässigkeit immer bei 1, soll immer maximal sein. Und das haben wir jetzt ausgewählt. Und dann gucken wir mal, was ganz oben liegt. 1, 2, 3 wird sortiert. Und das ist dann die Bestenliste. Wir haben das Drehbuch sozusagen vor drei Tagen am 27. Dezember veröffentlicht. Und du wirst feststellen, dass sich die Reihenfolge schon ein bisschen geändert hat. Hat damit zu tun, dass einige Kriterien wie beispielsweise die Dividendenrendite sich laufend auch untertägig verändern, weil der Aktienkurs sich ja verändert. Ändert sich da auch die Dividendenrendite, verändert sich dann auch die Zielerreichung sozusagen. Nichtsdestotrotz, bleiben wir mal kurz hier, was mich hier überrascht hat, und das habe ich auch schon hier etwas aufgearbeitet, das ist, wir haben drei REITs ganz weit oben bei dynamischem Dividendenwachstum. REITs, das sind Immobiliengesellschaften, denen Immobilien gehören, die vermieten sie und daraus erzielen sie ihre Unternehmensgewinne. Und die sind bei Dividendeninvestoren sehr beliebt, weil in den USA sind REITs dazu verpflichtet, 90% des sogenannten Net Operating Income auszuschütten. Das heißt, fast ihre kompletten Gewinne werden in Form von Dividenden an euch ausgeschüttet. Jetzt ist es aber so, dass man, mir ging es jedenfalls so, dass ich so unter klassischen Immobilien, wenn jetzt so Wohnanlagen vermietet werden oder so, dass ich hier nicht davon ausgehe eigentlich, dass wir dann Dividendenwachstum haben von zum Beispiel 10% oder mehr, weil es sind für mich eher so träge Geschäftsmodelle. Und ich denke, hier könnte es genauso gehen. Jetzt haben wir aber hier, wenn wir uns die mal angucken, American Tower, ein Dividendenwachstum von sage und schreibe über jetzt in fünf Jahre 20%, soll jetzt ein bisschen abklingen, auf 14%, dann haben wir hier National Storage Affiliate Trust, 17% im laufenden Geschäfts, da sollen die Dividenden erhöht werden, im Schnitt in den letzten fünf Jahren waren es 13% und der dritte REIT, der ist jetzt ein bisschen runtergerutscht, da habe ich immer noch ein Scoring von 98, der hat ein Dividendenwachstum im Schnitt von irgendwo zwischen 11 und 12%. Also das ist doch mal recht lecker. Und jetzt gibt es, denke ich, zwei Erklärungen, die man heranziehen kann, warum die Dividende oder warum REITs doch dynamisch wachsen können. Das erste ist, Immobilien sind nicht, Immobilien, man müssen nicht Immobilien sein im klassischen Sinne, Immobilien ist alles Mögliche, was einem gehören kann und man vermieten kann sozusagen. Das können eben Funkmasten sein, wie im Fall vom American Tower, es können Lagercontainer sein, wie im Fall von National Storage Affiliate Trust, ein Lagercontainer, also ein Container REIT. Und nur Terreno Realty, der ist tatsächlich ein REIT, der Gewerbeimmobilien vermietet, das kann man hier ablesen. Und er erhöht dennoch seine Dividenden dynamisch. Da kommen wir wahrscheinlich zum zweiten Grund. Also er kann ja nicht hingehen und in die Mietverträge reinschreiben, die Mieten steigen jedes Jahr um 11%. Ich glaube, das wäre irgendwo unrealistisch und da würde man wahrscheinlich so schnell keine Mieter finden. Oder die würden pleite gehen. Beides ist nicht langfristig sinnvoll. Wie kann ein REIT wachsen? Er hat zwei Möglichkeiten. Wenn er fast alles ausschütten muss in Form von Dividenden. Und man sieht es hier auch. Oh, da müssen wir auch nochmal kurz drauf eingehen. Funds von Operations gegen bilanzierter Gewinn. Das wird auch nochmal wichtig, wenn wir auf Aktien mit hoher Dividende gucken. Ihr seht, dass der bilanzierte Gewinn die Dividende kaum deckt. Im Regelfall wird sie nicht gedeckt. Auch bei Terreno Realty und bei anderen wird das genauso sein. Hier Dividende, hier ist es genauso. Gut, sehr, 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 sehr eng. Aber immer eine Ecke Kante oder es wird halt nicht immer noch auf den letzten REIT hier. National Storage Affiliate Trust. Vielleicht ist es da ein bisschen, ha, hier ist es besser. Da sieht man, dass der Gewinn und die Dividende, dass die im Prinzip nur sehr wenig miteinander zu tun haben. Aber der freie Cashflow ist, nein, nicht der freie Cashflow. Der Funds von Operations ist die Größe, an der sich die Ausschüttungen orientieren können. Weil die Immobilien in den USA, die werden eben abgeschrieben im Regelfall, führt dazu, dass der bilanzierte Gewinn reduziert wird. Aber diese Abschreibungen sind nicht cashwirksam und reduzieren deshalb die Ausschüttungskraft des REITs nicht tatsächlich, sodass der REIT immer noch ausschütten kann. Und zwar so viel, wie er sich am Funds for Operations, wie er sich da orientiert, weil hier eben diese Abschreibungen wieder dazugezählt sind, die eben nicht ausschüttungswirksam sind. Ich hoffe, das kam soweit verständlich rüber. Also, nochmal zusammengefasst, bei REITs orientiert euch am Funds for Operations oder Amadjusted Funds for Operations, kommt da auch noch gleich drauf. Auf keinen Fall, aber an der Ausschüttungsquote, das gibt ein falsches Bild wieder. Und auf den normalen Finanzseiten, da seht ihr eben diese Funds for Operations nicht. Und die Ausschüttungsquoten, die werden noch berechnet, wie bei allen anderen Unternehmen auch, was regelmäßig dazu führt, dass die Ausschüttungsquoten viel, viel, viel zu hoch sind und euch einfach ein falsches Bild vermitteln. So, gehen wir nochmal runter zu dem einen Trust, der so Immobilien vermietet, wie wir uns das vorstellen, nämlich Gewerbeimmobilien. Wie schafft der das so zu wachsen? Also, ihr seht hier, wie die Umsätze, der hat im Jahr 2011 17 Millionen Dollar Umsatz gemacht und jetzt macht der 203 Millionen, also über 10 Mal, 11 Mal ungefähr oder 12 Mal so viel innerhalb von 10 Jahren. Und das ist schon ganz ordentlich. Wie kann das sein, indem er eben neue Gewerbeimmobilien kauft und die dann vermietet und dadurch eben einfach größere Gewerbefläche, mehr Mieteinnahmen erzielt. Wie finanziert er das, wenn dieser Ried, wenn er fast alles in Form von Dividenden ausschütten muss, was er tatsächlich verdient oder was quasi reinkommt in Form von Geld? Entweder über neue Schulden, also Fremdkapital, das wäre das hier. Und ihr seht dann tatsächlich, dass die nominale Anzahl an Schulden, für zinstragende Schulden auch steigt oder in Form von Eigenkapital durch neue Aktien, also Kapitalerhöhung. Und Terreno Realty ist jetzt hingegangen und hat in erster Linie das Erste gemacht und zwar haben sie sich gesagt, wir schütten, wir geben laufend neue Aktien aus und sammeln dadurch Eigenkapital ein. Im Jahre 2011 9,2 Millionen ausstehende Aktien, jetzt schon fast 71 Millionen ausstehende Aktien, also deutlich, deutlich mehr, führt natürlich zu einer Verwässerung hier. Da siehst du es, dass der Gewinn pro Aktie hier verwässert wird und zwar teilweise, also doch recht deutlich bis zu 40 Cent pro Aktie. Aber aus Unternehmenssicht macht es absolut Sinn hier. Fremdkapital wird auch mehr aufgenommen. Wir kommen gleich auf die Bewertung. Fremdkapital wird auch aufgenommen, aber wenn du die Schuldenquote anzeigst, dann siehst du im Prinzip, dass die Schuldenquote, also das Verhältnis dieser zu verzinsenden Schulden im Vergleich oder im Verhältnis zu den kompletten Vermögenswerten, dass das sinkt. Das heißt, die Schulden werden also sozusagen immer niedriger im Vergleich zu Kernvermögen und Cash. Im Vergleich zum Gesamtvermögen machen die Schulden immer kleineren Teil aus, also weil eben in erster Linie Eigenkapital aufgenommen wird. Trotz dieser Verwässerung sehen wir dann hier beim fairen Wert, wo wir auch den Aktienkurs haben, dass das Ganze Früchte trägt. Wir sind momentan auf dem Allzeithoch bei 85 US-Dollar und kannst du auch mal gucken, was man da mit diesem REIT langfristig verdient hätte. Eine Rendite gemacht von knapp 16% jährlich seit dem Jahr 2010. Das wurde nicht so lange Börsen notiert und insgesamt schon also 400% Rendite. Also schon ganz ordentlich, würde ich sagen. Auf jeden Fall ein Outperformer. Führt natürlich dazu, wenn wir momentan beim Allzeithoch sind, dass die Aktie sportlich bewertet ist hier. Da würde ich doch den hier diesen normalen Funds for Operations nehmen, kann auch den fairen Wert Dividende anzeigen und man sieht, dass der aktuelle Aktienkurs drüber ist. Also wäre jetzt nicht unbedingt ein Kauf, relativ hohes Rückschlagspotenzial von um die gut 20% bis hin zum fairen Wert. Auch die Dividendenrendite entsprechend fällt momentan eher niedrig aus. Die lag mal bei bis zu 3% im Jahr 2015. Momentan eben nur noch knapp 1,5%. Sondern aber steigen auch bald, in Anführungszeichen bald, an die 2% im Jahr 2025. So, auch bei den anderen Reads ist es so, dass die Outperformer sind. Wenn ich mich richtig erinnere, American Tower ist auch im Standarddepot, gucken einfach hier, Moment, gucken einfach, was ganz, ganz langfristige Anleger damit eingefahren haben. Das ist schon Langbörse notiert. 20% Rendite aufs Jahr, wenn man seit 2001 den READ gehalten hätte. Dann gucken wir mal noch kurz bei National Storage Affiliate Trust nach. Die gibt es auch nicht so lange an der Börse. Seit 2015 ebenfalls allzeithoch. Aufs Jahr sogar 30% Rendite. Also ganz andere Charakteristika, würde ich sagen, so von der Rendite, als man sich das bei READ klassischerweise vorstellt. Das fand ich eigentlich so das Interessante. Und dann gibt es auch noch was anderes. Und da habt ihr am Drehbuch mitgeschrieben. Gucken wir uns mal Costco an. Costco Wholesale. Also keine Immobiliengesellschaft. Da fällt nämlich auch was auf. Hier wurde nämlich gesagt, gehen wir mal zum Drehbuchschreiber. Das wäre der Arthur. So schlimmer Fehler sollte nicht passieren. Die Dividendenrendite wird bei Unvista mit 0,59% angezeigt. Es geht hier um Costco. Und Costco hat Sonderdividenden. Das schüttet Sonderdividenden aus. Innerhalb der letzten 8 Jahre 4 Mal flossen üppige Sonderdividenden. Auch jetzt wieder vor rund 12 Monaten. Und das führt dann dazu, dass die Dividendenrendite, so machen es wir jetzt jedenfalls, weil wir bei der Berechnung der Dividendenrendite die Sonderdividenden mit einbeziehen, dass dann immer einen Sprung nach oben macht. Und wenn dann der Effekt wieder verpufft, der Sonderdividende, dann landet die Dividendenrendite wieder weiter unten hier bei diesen 0,57. Jetzt bei Unvista hat er gesagt, dieser Arthur 0, oder Tom, wie hieß er? Tom. Bei 0,59%. Wir haben jetzt hier 0,57. Aber egal, das ist im Prinzip dasselbe. Und jetzt kann man sich dann drüber streiten. Ja, ist das sinnvoll? Ist das nicht sinnvoll? Und wir rechnen es mit ein, die Dividendenrendite, weil wir die Sonderdividende, wir beziehen die Sonderdividende bei der Berechnung der Dividendenrendite mit ein, weil es einige Aktien gibt, das soll man auch noch zeigen in diesem Video, bei denen ist die Sonderdividende Programm. Das heißt, die schütten laufen Sonderdividende aus und da ist aus meiner Sicht ganz klare Erwartungshaltung, dass die in diese Sonderdividende dann bei der Berechnung der Dividendenrendite mit einfließt. Also wie man es macht, beim einen könnte man da sagen, das soll es eher nicht rein, beim anderen ja, aber man muss halt irgendwo einen einheitlichen Stand finden. Und wichtig ist jedenfalls, dass das transparent ausgewiesen wird und das wird hier ja getan. Man sieht, dass es eine Sonderdividende ist. Und genau, das wäre das gewesen. Und jetzt würde ich sagen, die anderen Aktien, auf die verzichten wir mal. Wir gehen jetzt mal zu den Aktien, also hier runter, mit dem hohen Dividendenwachstum, nicht mit dem sehr hohen Dividendenwachstum. Das wären dann die hier gewesen, vor drei Tagen. Gucken wir uns das Ganze mal an. Und da gibt es dann auch was für die Ewigkeit, um dich für die Weiterbildung sozusagen. Hier hohe Dividenden. Jetzt gucken wir uns die mal kurz an. Haben wir das Ranking, das hat sich wieder verändert. Sortieren wieder neu, damit die mit dem höchsten Ranking ganz oben stehen. Und hier haben wir zwei Deutsche unter den Top 3, das wäre Leck Immobilien und Vonovia und dazwischen eine sogenannte Limited Partnership. Und auch Leck Immobilien und Vonovia, die haben, die sind gesetzlich keine Reads, aber da sind auch Immobiliengesellschaften, wie die US-Reads, ihre Kolleginnen in den USA, auch die haben Immobilien und erzielen ihre Unternehmensgewinne aus der Vermietung dieser Immobilien. Und auch hier, fundamental betrachtet, also auch hier spielen die Funds for Operations eine Rolle, weil auch hier der bilanzierte Gewinn ganz stark abweicht von den Funds for Operations, weil es auch hier um Ab- beziehungsweise Zuschreibung geht. Und das, wenn du jetzt mal hier reinguckst, bei der Leck Immobilien zum Beispiel, dann siehst du, dass wir die Funds for Operations haben, dass sich die Dividenden an den Funds for Operations orientieren und nicht am bilanzierten Gewinn. Aber im Gegensatz zu den US-Reads fällt hier der Gewinn viel, viel höher aus. Bei den US-Reads war der bilanzierte Gewinn niedriger als der Funds for Operations. Und hier ist es genau umgekehrt. Bei Vonovia ist das Gleiche. Auch hier, der bilanzierte Gewinn viel, viel höher, jetzt bestimmt dreimal höher als die Funds for Operations. Und da hast du die Frage, what's wrong? Wie kann denn das sein? Wir sehen hier übrigens auch anhand der Margen, wir haben hier die operative Marge aus dem tatsächlichen, eigentlichen Geschäft, sozusagen aus dem Kerngeschäft. Da siehst du, dass die viel niedriger ist als die Netto Marge. Machen wir den Umsatz weg. Und die Netto Marge, die spiegelt quasi den Verlauf des bilanzierten Gewinns wieder. Und die operative Marge spiegelt eher den Verlauf des Funds for Operations wieder. Und bei Legmobilien müsste es genauso sein. Jawohl, auch hier siehst du, wie die Netto Marge quasi den bilanzierten Gewinn widerspiegelt und der Funds for Operations eher die operative Marge ist, was wirklich das tatsächliche Geschäft, das eigentliche Kerngeschäft widerspiegelt. Was ist da los? Ich habe hier bei Vonovia mal ein bisschen rumgegraben und da muss ich mal eins zurückgehen hier. Da siehst du eine große Bilanzposition, das wäre das hier Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties. Das ist Neubewertung der Immobilien. Und die Neubewertung der Immobilien führt zu Zuschreibungen tatsächlich, wenn es in den USA zu Abschreibungen führt. Ist eben eine andere Art der Bilanzierung. Aber hier unten gibt es dann auch noch eine Begründung, warum. Und zwar, ihr wisst ja, wir haben momentan, wir haben schon lange eine Flucht aus Geldwerten in Sachwerte. Sachwerte sind Aktien, das ist natürlich für uns gut. Und Immobilien ist auch für uns gut, wenn wir in Rietz investieren. Und das führt eben dazu, dass die Immobilienpreise beständig anziehen und dass obwohl die Renditen für Immobilieninvestoren immer niedriger werden, weil die müssen die ja teurer kaufen und immer hat die Immobilien, weil sie eben Preissteigerungen erfahren, können aber nicht immer komplett das auf die Miete umwälzen. Also jetzt heißt, ihre Rendite wird eigentlich immer niedriger und das nennt man dann hier auf Englisch Yield Compression. Sie kaufen aber trotzdem Immobilien. Das heißt, die Immobilien werden teurer und teurer und das führt dann eben zu diesen Zuschreibungen und das führt dann eben zu diesen außerordentlichen Gewinnen. Und Vonovia erklärt das Ganze hier. Auch die Mieten steigen, aber sie steigen nicht so stark wie die Immobilienpreise und deshalb kommt es zu dieser Yield Compression. Ist natürlich auch ein Risiko. Wenn irgendwann, Stichwort Immobilienblase, das Ganze platzen sollte, dann würde es hier plötzlich zu Abschreibungen kommen und dann würden die Gewinne unter den Funds for Operations liegen. Wäre das schlimm für den Aktienkurs vermutlich schon. Da würden einige Aktionäre bestimmt verkaufen. Insbesondere die, die diese Zusammenhänge hier nicht verstehen, weil sie sich auf den normalen Finanzseiten rumtummeln, wo Funds for Operations überhaupt keine Rolle spielen, weil sie nicht angezeigt werden. Aber wir als Dividendeninvestoren, wir wüssten ja immer noch, okay, wir müssen uns bei der Dividende am operativen Geschäft orientieren, sprich am Funds for Operations und dieser Gewinn hier, Zuschreibung, Abschreibung, okay, ist jetzt nicht toll, wenn Immobilien weniger wert werden, wenn sie die verkaufen zum Beispiel, dann kriegen sie echt weniger Einnahmen rein, die können ja auch mal wieder Immobilien irgendwann verkaufen, wenn sie echt weniger wert sind, kriegen sie weniger Geld in die Kasse, dann ist natürlich Cash wirksam. Und es könnte auch sein, dass sich das aufs Mietpreisniveau auswirken, dass dann mittelfristig auch die Mieten sinken, dann schon, aber hier so schnell wie das hier dann hoch runter ginge, so dramatisch wäre das beileibe nicht, also es wäre dann nicht so, dass man hier dann sofort mit der Dividendenkürzung rechnen müsste. Man sieht auch hier übrigens, wie bei den US-Reeds, neue Aktien werden ausgegeben, Schulden werden gemacht, also hier siehst du auch, dass die absolute Anzahl der Schulden sich erhöht, aber auch jede Schuldenquote sehr gut, sehr stabil bei 44%. Terrano Realty war echt die Ausnahme, also die haben sehr, sehr wenige Schulden. Das ist im Prinzip also fundamental sehr, sehr ähnlich zu den US-Reeds, auch wenn das eigentlich keine Reeeds sind. Dann hätten wir hier auch noch Unternehmen mit Sonderdividende, gucken wir uns mal die CME Group an zum Beispiel und hier ist genau das, was ich meinte, die Sonderdividende ist Programm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Jahre hintereinander Sonderdividende ausgeschüttet und auch die Analysten tun schon die Sonderdividende mit in die Schätzung reinnehmen, gehe ich mal schwer davon aus, sonst wäre sie sicherlich nicht so hoch. Also wenn man hier jetzt die Sonderdividende nicht in die Dividendenrendite einbeziehen will, dann könnte man sich auch zu Recht beschweren und sagen, das ist aber überhaupt nicht repräsentativ, weil die schütteln doch jedes Mal eine Sonderdividende aus. Da seht ihr, dass es gar nicht so einfach ist und am besten, man muss halt einen einheitlichen Weg finden, sonst ist es irgendwo Willkür und wir lassen eben die Sonderdividende in die Berechnung oder Dividendenrendite mit einfließen. Ich glaube, es gibt noch andere, wo wir hier Enghaus-Systems, hier auch Sonderdividende. Hier ist wieder so ein Fall, wo die Sonderdividende einmalig erhöht wird, die Dividendenrendite einmalig erhöht. Da könnte man es dann wieder kritisieren, aber ihr wisst ja mittlerweile, wo ihr das Ganze seht. Dann gibt es doch hier so ein LP, steht hier hinten dran, das heißt Limited Partnership. Oho, auch hier wieder Funds for Operations. Das ist auch so eine Infrastrukturgeschichte. Es ist eher so etwas wie eine Kommanditgesellschaft hier und es sind in Wirklichkeit keine Aktien, sondern Units, die man hat, man hat aber auch keine Stimmrechte dabei. Das ist so ein kompliziertes Konstrukt, was auch steuerrechtlich relevant ist und das ist eine Geschichte, da gehe ich jetzt nicht zu tief drauf ein. Man sollte einfach vielleicht nur wissen, dass es halt ein Limited Partnership ist und erkennt es an dem LP hier hinten. Gut, ich habe noch einiges anderes geschrieben. Ihr könnt parallel noch mal diesen Beitrag hier durchlesen. Wenn ihr Fragen habt, stellt die Fragen, schreibt entweder hier einen Kommentar oder einen Kommentar unter das YouTube-Video. Ich hoffe, es war interessant, es gab irgendwo vielleicht so einen Aha-Moment bei euch und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal einen guten Rutsch ins neue Börsenjahr 2022. Das war also das letzte Video, denke ich, mit bester Aktien 2022, wenn ich mein zweites und letztes Jahr gemacht habe und ansonsten Ohren steif halten und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.